Ja, hallo, ähm, tja, letztes Mal war ja nicht so erfolgreich, ne? Hm, obwohl, was heißt nicht so erfolgreich, ist es, weil es ja ehleglich, dass wir zweimal gegen Alduin kämpfen durften, das war ja schon so eine Ehre, möchte ich mal sagen, ähm, die Drachen sind übrigens immer noch da, hier irgendwo da, ja genau, da sehen wir, da fliegt einer, genau, ähm, weil ich hab jetzt das kurz mal abge-, also ich hatte das abgekürzt, denn direkt nachdem Alduin getötet wurde, bin ich dann gleich hierher geflippt, habe, dann mit Paratonax gesprochen, direkt, und jetzt konnte ich dann einfach gehen, der andere hat ja eh nichts verzeigen gehabt, von daher passt das schon, oh, mal Wolkenloser Himmel, nee, ist das falsch, halt, nein, hier, komm mal her, Wolken, achso, hab ich ja gar nicht ausgerüstet, wo brauch ich den? Wir nehmen mal diesen anderen Schrei, komm, Wolkenloser Himmel, können wir mal eh an die Favoriten parken, wo haben wir denn das mit dem Sturm, Sturmruf, genau, ah, hier, den will ich mal haben, mrrr, 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 aha, oh, nee, das sieht wieder böse aus, ich muss aufpassen, nicht, dass wir nochmal runterfallen, dann irgendwie zu Tode stürzen, einmal hat gereicht, ja, 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 jetzt redet der da oben, wir hören es trotzdem, aber das ist ja egal, das brauchen wir jetzt alles nicht, ja, ähm, ich mach den Sturmruf jetzt nicht, an der Stelle, es bietet es nicht an, das machen wir dann mal auf freier Fläche, wo wir dann das schöne Wetter haben, oh, ich hoffe, ich schaffe das hier runter, ah, ja, ja, hab ich eigentlich, warum, geh mal mein Schwertchen, hallo, so, ich muss jetzt sagen, so, bitte, da unten sind Treppen, warum sind da Treppen, ist das hier der Aufgang, erstmal zum Hügel, na, das kann natürlich sein, ah, ich muss da hinten in die Richtung, so, ich renne einfach weiter, egal, was hinter uns passiert, das soll uns jetzt nicht stören, dum, 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 einfach mal den schönen Hügel runter, äh, vielleicht doch nicht so krass den Hügel runterrennen, wenn nicht so empfehlenswert, einmal sterben reicht, ich hab's jetzt extra dann auch gespeichert an der Stelle, ne, so, dass wir halt nicht nochmal gegen ihn kämpfen müssen, das war doch ein bisschen nervig, so, jetzt sehe ich mal diesen Kampf hintereinander machen müssen, mhm, erinnert mich so an diese alten Videospiele, wo man es teilweise, oder wo man gezwungen war, das zu tun, weil es halt kein Speichersystem gab, und wenn man die Stelle danach nicht geschafft hat, nach dem Boss, oder direkt draufgegangen ist, weil der Boss zu sehr geschwächt hat, dann hat man sich dann nochmal damit beschäftigen müssen, so, machen wir einen Sturmruf, oi, oh, ein Hügelwerk, trifft dich der Blitz beim, ja, der Blitz trifft dich beim Kacken, ne, im Wald, dann ist gar nichts, wenn du eine kleine, flauschige Hasen nimmst, um dir den Poppes abzuwischen, hallo, trifft dich jetzt mal der Blitz, na, okay, schöne Sache, gefällt mir, was mir bloß nicht gefällt, ist jetzt, dass es halt so wolkig ist, und ich mag eigentlich, das gar nicht so, nur kurz warten, das dauert natürlich nicht ganz weit, je macht voller, der Ruf, desto, ja, länger dauert natürlich die Regeneration, bis man wieder den Schrei einsetzen kann, ich werde jetzt mal Schnellreise machen, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte hier gern, da die Kasse, wo ist es da gewesen, ach, hier rechts, genau, das bin ich schon, komplett dran vorbei, ähm, mhm, hier sollten wir uns nicht hentrauen, die werden uns richtig böse verhauen, das heißt, wir werden von Dämmerstern aus da hinreisen, genau, wir sind hier jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, was waren wir, wir hatten noch irgendeinen neuen, Rang bekommen, wir wurden noch richtig, krass, befördert, aber ich weiß es gar nicht mehr, hä, komisch, was war das denn, mhm, 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 na, egal, also bei den nächsten Beförderungen, ist es egal, wichtig ist eigentlich nur, wenn wir dann Kaiser sind, das ist das einzige, was zählt, und so ein, ein orkischer Kaiser, ja, vom, also der das Kaiserreich dann beherrscht, ich glaube, das hat die Welt noch nicht gesehen, und das ist auch dringend mal erforderlich, weil wir werden richtig hart durchgreifen, erst mal werden die ganzen Elfen verbannt, ja, die ketten wir an allen Bäume, und dann, ähm, ja, sind die, glaube ich, glücklich, obwohl sie nicht wissen, dass sie eigentlich unglücklich sein wollten, sind sie trotzdem glücklich, und wir haben unsere Ruhe, und die sind halt endlich weg, und nerven uns hier nicht mehr mit irgendwelchen komischen, was seid ihr denn? Kaiserliche, ah, gut, okay, ich bin schon gewundert, auf einmal spawnen da irgendwelche Typen hier, direkt einem vor der Nase, ich dachte schon im ersten Moment, oh nee, schon wieder Vampire, oder irgendein anderes Gedöns, was uns wieder verhauen möchte, oder so weiß ich, so irgendeine Menschenrech, so Waldelfenrechtsorganisation, ja, die gegen die, ähm, gegen das Mobbing der Waldelfen ist, oder, das Mobbing, was Weile der Elfen anbelenkt, ja, weil wir, wir mobben sie ja schon so ein bisschen, was ist das denn hier, Banditen, Mordi, hallo, ach ja, und ein Drache, ein Drache auch noch dazu, Mensch, dies ist ja toll, oh, wolkenloser Himmel, hilft hier bloß nicht viel, na, klasse, hätte ich mir was sparen können, äh, macht er gar nicht das Tier an, hallo, oh, ein Blutdrache, ich habe doch eben, Algenunfass gemacht, jetzt, weißt du das nicht mehr, was ist denn hier los, äh, irgendein Eiszauber, glaube ich, äh, haben wir nicht irgendeinen tollen Ruf, ähm, Feueratmen, hier kommt Feueratmen, aber jetzt hat es doch geholfen, okay, es hat also doch geholfen, schön, wir haben hier einen wunderschönen, ach, hier ist ein Lager von euch, ja, das ist kein Ding, euch, euch kriege ich alle Platz, wo ist jetzt der Drache, ach, der ist da oben, ach, komm, nerv mich nicht hier, das ist nicht mal eine ansatzweise eine Chance, was ist mit ihm hier, was bist du denn, ach, das ist der erste Rache, Kerana, das kannst du besser, nicht so, oh, der hat auch Fleisch nicht draufgehauen, ne, was sind es denn für welche, ich kann es kaum erwarten, Kaiserliche, oh, kein Ding da, wirst du noch massenhaft Gelegenheit zu haben, ich finde es schade, dass wir nichts von Aldrin aufheben konnten, dass er einfach so explodiert ist, und uns nicht die Gelegenheit gelassen wurde, da war irgendwas mitzunehmen, das ist schade, dann hätte ich gerne was gehabt, vor allem, vor allem, na gut, wir haben einen Schrei gekriegt, aber, ganz ehrlich, so oft werden wir den, denke ich mal, nicht einsetzen, klar, es ist zwar eine Unterstützung, die wir bekommen, ob das jetzt dann so der Oberhammer ist, so wage ich zu bezweifeln, reißen wir endlich die Seele, die Ewigkeiten hier, kann doch nicht wahr sein, wir haben es ja eilig, was schön sieht es aus, ja und endlich ist auch mal hier kein Schnee, ist auch mal ganz interessant, hätte ich gar nicht gedacht, dass es hier funktioniert, weil hier schneit es ja immer, hier ist es immer bewölkt, es schneit immer, es ist immer deprimierend, das Wetter, da ist ja gar keinen Spaß mehr dran, oh, hier ist eine Zwergkuguine, eine kleine feine Zwergkuguine, und die haben wir noch nicht gefunden, das ist ja interessant, aber die ist gar nicht so nah dran, die ist da hinten irgendwo, ja, sagst du auch, ne, ach, bäng, hehehehe, garstige, oh, das sind zwei sogar, ey, holla, die Waldfäde, zwei Stück, dann gehen wir lieber hier, das ist sowieso ganz in der Nähe, und wir müssen da eh hin, reden wir mal kurz, und den werden das in den Schlachtplan wahrscheinlich dann mitteilen, von wegen, hier, wir greifen die und die Stadt an, da geht es jetzt drauf los, wir werden dann einfach sagen, ja, und wir werden dann sowieso wieder unser eigenes Ding durchziehen, weil ganz ehrlich, ohne die sind wir besser dran, und wenn die uns alleine drauf loslassen würden, hätten die auch längst nicht so Verluste, so, ich verstehe nicht, warum, warum die da so einfältig sind, ja, mein Vater war in der Nähe, und mein Uropa, und der, und mein Hund, und meine kleine Schildkröte auch, ich nannte sie Michelangelo, ist schon klar, wo ist hier der Häuptling, hallo, bist du hier der, der das Sagen hat, ach, Ricke, du olle Necke, wie geht es dir denn, der General und ich sind nicht immer einer Meinung, ja, das ist egal, komm, ich melde mich hier zum Dienst, wir lassen das doch mal losgehen, ne, für ein paar Sturmmänteln, was vor den Kopf hauen, an gefälschte Befehle zukommen lassen, mhm, aber zuerst müssen wir an Befehle der Rebellen kommen, damit wir die Fälschungen herstellen können, boah, so egal, die Gasthäuser zum Nachttor und Kerzenscheintaverne sind beliebt bei Kurieren der Sturm, ah, versucht einen der Gastwirte zu überreden, euch zu helfen, ja, ich zeig dir mal kurz mein Schwertchen, dann würde er es schon machen, egal wie ihr es anstellt, besorgt mir diese Dokumente, ja, 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 kein Ding mache ich, aber tut nichts Unüberlegtes, wenn ihr in Windhelm seid, in Windhelm, nun, Soldat, könnt ihr das für mich tun, klar, ähm, ist so gut wie erledigt, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, natürlich, so, und wo soll es hingehen, Quest ist nicht aktiv, ach, falsche Tasse, ich habe ja die ganze Zeit auf falschen Tassen rum, ne, so, auf jeden Fall den Kurier der Sturmmäntel, wo ist der denn, was haben wir denn für Punkt, das ist hier hinten, also Windhelm werde ich nicht gehen, ich werde wenn dann hier hinziehen, so, zum Nachttor, da sind wir noch gar nicht eingekehrt, kann das sein, das ist immer nochmal dran vorbeigerannt, das ist ja auch so ein kleines, mitten in der Pampa gelegenes Gasthäuschen, an einem kleinen See, mit seltsamen Menschen, die da generell sich befinden, hm, wir haben immer noch nicht genug Blut, also wir haben noch nicht Blut von jedem bekommen, eigentlich auch wieder so eine Sache, ja, aber wenn ich die Möglichkeit kriege, von irgendwelchen Leuten wieder Blut zu saugen, für diese Quest natürlich, damit wir die andere Schriftrolle bekommen, dann machen wir das natürlich auch, so, und ich hoffe, hier befindet sich jetzt der, berühmt, berüchtigte Kurier, ich weiß es ja nicht, Becham ist ja wirklich im Windheim, und im Windheim könnte es echt richtig kritisch werden, weil die alle so pro Strommäntel sind, ja, pro Ulfrig, und wir sind ja mal so mega nicht pro Ulfrig, ne, mhm, Kontraumünfrig, ja, hier ist er wohl nicht, hallo, hallo, keine Zeit für Geplauder, ähm, lass mir mal deine Tasche, Brief des Kuriers, was ist das, Piratenkönig, äh, 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 Lien des Regens Schmiedekunst, kann ich das lesen? Ah, okay, äh, es kann sich ja kaum, hochverehrter Investor, Investor, unsere, äh, okay, das ist einfach irgendwas anderes, hat aber nichts mit dem zu tun, was wir wollen, okay, aber schon mal interessant, wir haben ja nicht geklaut, wir haben nur gelesen, so, komm mal her, ah, hallo, Reisender, mhm, ja, seid ihr wegen des Essens im Nachttor, oder wollt ihr hier übernachten? äh, weder noch, also, ich wollte nur fragen, ob du in dieser Zeit so einen, ähm, gammeligen, kurierler Sturm, wenn du gesehen hast, die, die immer so streng riechen, die mit dem Milchbart, meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre, ich lege auch was drauf für dich, ähm, aber versuche ich mal zu überreden, ich gebe immer so ungern Geld dafür aus, sein Leben ist in Gefahr, er ist total, ähm, er hat sein Antibiotikum vergessen, er ist auch so sterbenskrank, und wenn er das nicht nimmt, noch heute, dann, äh, geht er vor die Hunde, ganz elendig, er wird alle seine Organe ausspeien, wirklich? Ja, kann man so sagen, er war gerade noch hier, wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn, oh, vielen Dank, ja, ich beeile mich, oder ihr wartet einfach hier, er wird bald wieder zurück sein, ähm, äh, nee, ich suche ihn lieber dringend, weil das, das, äh, das Antibiotikum muss ja ganz, ganz dringend bekommen, das kriegt er, ähm, rektal eingeführt, ne, nur so kann man das richtig nehmen, Monsterzäpfchen, äh, äh, ja, nein, 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 das natürlich nicht, außerdem würde ich das gar nicht, äh, nee, ach, bitte, komm schon, mach doch gar nicht, wo ist er denn jetzt, da hinten, wie kann denn der so weit weg sein, er wird bald wieder zurück sein, jetzt rennt er da vorne rum, am, am Arsch der Welt, ja, äh, das ist ja wirklich, ja, J, wie, die, naja, komm, ja, hin, na, schon, ja, hier sind auch wieder Zwergenruinen, äh, tonnenweise Zwergenruinen noch, wir haben noch kaum einer entdeckt, hm, ja, haben uns auch noch wirklich kaum mit, oh, schon wieder ein Drache, na gut, die P's sind hier jetzt alle rum, zum Nachdenkopf, hey, all du hier ist weg, jetzt können wir alle selber die Menschen platt machen, juhu, aber wir denken uns dann so, äh, dank, 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 gibt's nicht, nicht mit uns, und wir werden denen alle die Haut abziehen, und uns daraus, äh, schöne Kleider, was hab ich gehört, hab ich einen Bären gehört, na, ich hab keinen Bären gehört, nein, kann das sein, hier gibt's gar keine Bären, ist nun, so, so eine alte Legende, dass es so haarige, pelzige Dinger gibt, die einzigen pelzigen Dinger hier sind wir, was ist denn hier schon wieder, och, so, ihr gammligen Vampir, ich bin auf einer Mission, das ist ein Drache, ey, das ist noch der hier, der hat sogar einen Namen, Winter, Winter, nee, Winter, genau, Winter, Hallo, lässt du das mal, also auch wenn du uralt bist, du siehst sowieso gammlig aus, total verpeet, nicht gepflegt, gar nix, ja, da kann man nun so helfen, ne, äh, noch einer, ich wollte gerade sagen, jetzt reicht's aber langsam, so, was hat denn hier, Wind, tu gut, nee, Wind, tu gut, ähm, tja, irgendwie so, ne, egal, komm, jetzt, ist, will wahrscheinlich, nur keiner, muss ich auch, okay, hier, da hinten, da hinten sind auch Zwergendinger, das ist, irgendwas habe ich da gerade gesehen, ich glaube, ja, irgendwas ist auf jeden Fall, also, ich kann doch nicht so weit weg sein, ey, wie schnell ist der denn, ja gut, die sind natürlich trainiert, ne, die haben Wadenstart, wie, äh, so hart wie Kruppstahl, betonfest schon fast, ne, 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 ich hoffe, der kommt mir entgegengerannt, ich, ich nehme mal kurz ein Tränkchen, ne, so, 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 ein bisschen dopen, juhu, und auf geht's, ja, ich fühle mich total wieder, voller Elan, frische, und jetzt kann ich rennen bis zum Unfall, hab ich da vorne was gesehen, hab ich da, ne, hab ich nichts gesehen, schade, aber der Pfeil wird, glaube ich, größer, ne, mhm, das sieht fast so aus, es ist am lieben Vampire die ganze Zeit, das geht, geht einem echt so ein bisschen auf den Puff, also, wir müssen, die ihm auch dann langsamer Einhalt gebieten, ja, dass die aufführen, ah, da ist er ja, hallo, halt die Fresse, hier, komm mal her, he, 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 ja, die ganze Zeit platt gemacht, so, dann, gucken wir noch mal was er hat, hier, Dokumente der Sturmmittel, sehr schön, das haben wir, irgendwas Interessantes, leider nicht, ein Pferd, sehr schön, nehmen wir noch das Pferdchen, ähm, achso, bringen wir das zu Legat Ricke, ja, denn, äh, Schnellreise würde ich sagen, das ist sonst auch viel zu weit weg, und ich wäre ein bisschen erschaffen hier, ne, wir haben ja immerhin 170 Folgen gebraucht, bis wir es endlich zu Alduin geschafft haben, um ihm mal richtig einen beizubringen, ja, so ein ganz klein wenig so einem mitzugeben, war vielleicht ein bisschen zu viel, wir hatten vielleicht, äh, unsere Kraft nicht ganz unter Kontrolle, weshalb er da noch gleich explodiert ist, vor lauter Erregung, tja, hm, ist halt Pech für ihn, ne, das war dieser ganze Erfolgsdruck, den er da hatte, von wegen, man muss die ganze Welt unter Jochen, alle Segeln fressen und so ein Krams, das kann einem schon mal zur Explosion bringen, naja, man sollte lieber langsam reingehen, an die ganzen Dinger, und nicht immer so machtgierig sein, äh, ich bin schon mal legen, oh, oh, wir sind sogar mit Pferd schnell gereist, das ist ja cool, so, absteigen bitte, und du bleibst schön hier, oder gehst du weg, nein, es bleibt drauf hier, ach, das ist aber schön, so, äh, mit dir kann ich ja glaube ich handeln, ne, nee, ah, hier, kaiserlicher Quartiermeister, hey, Quartiermeister, laber nicht, zeig mir, was du hast, muss ein paar Sachen verkaufen, hier kommen sogar eine Liege Nordpfeile, die nimmst du doch garantiert, ne, naja, ja, ja, Eisenpfeile kannst du auch haben, haben wir noch Stahlpfeile, uh, auch alles weg, ich habe glaube ich Klamotten dabei, hier, Elfengewäschzeugs, aber immer Klamotten genannt, mhm, nein, hast du ja alles, bis ich rumschleppen muss, ein Leintuch, kriegst du immer, ja, okay, das passt schon, das passt schon, danke, danke, dann viel Spaß mit dem Weiberklamotten, so, ey, Rücke, ich habe alles erledigt, ja, natürlich, sehr gut, dann sehen wir mal, was ihr da habt, ja, wenn du lesen kannst, dann haben sie wohl einen Informanten bei uns, scheinbar braucht Festung Dunstert Verstärkung, okay, wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt, hm, ja, dann geben wir uns mal Mühe, Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz, so, das sollte reichen, okay, und jetzt, sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente, den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen, das wird ihn verwirren, und uns ein wenig Luft verschaffen, okay, ich kann's versuchen, ähm, dann geh mal, das heißt, dann schnappe ich mir das Pferdchen und reite ich ein bisschen, ne, also ein bisschen kleinen Ausritt machen, das ist vielleicht auch ganz schön, bei dieser frischen Seeluft hier unten von der Küchte, ja, ach, schön, sieht das aus, wie das Wasser da in der Sonne glänzt, herrlich, nebenbei werden ein paar Vampire enthauptet, und ein paar Waldelfen am Bett, äh, was, was wäre denn fies, genau, Kakteen sind ja auch fast wie Bäume, ne, wenn die so groß werden, sind sie auch baumgroß, wir ketten die dann einfach an so Kakteen, das wäre doch auch mal so eine Idee, ist er mehr oder weniger, wenn er groß genug ist, könnte man es rein theoretisch als Baum im weitesten Sinne betrachten, ja, wenn die lange Stacheln haben, könnte man das auch als Dach ansehen, okay, wieder so ein Wanderskelett, hatten wir schon mal, sah eben seltsam aus, oder, als ob das erster gespawnt wurde, oh, ein Riesen mit einem Mammut, und die kloppen sich mit irgendeinem, kloppen die, kloppen die Riesen auf dem Mammut rum, ne, auf irgendeinem Typen, ja, sollen sie mal machen, also, ist mir jetzt egal, das sind Sachen, da halte ich mich definitiv raus, das ist einfach so, das muss nicht sein, dafür ist das zu gefährlich, oh, die Kajitschen hier, ja, jippie, meine Lieblingskleinen Katzenviechers, so, ne, juhu, komm mal her, hallo, ihr kleinen, flauschigen Katzen, wo sind die denn, hallo, hallo, das kann doch nicht wahr sein, wo sind die denn, da hinten rennt irgendjemand, hm, das ist ja doof, wo sind, das ist jetzt noch immer hier, also bitte, das kann doch nicht wahr sein, wer ist das hier, hallo, lauf nicht weg, kleiner Junge, ja, wo sind deine Eltern, sie sind, tot, ach, den kann ich adoptieren, ja, stimmt, ja, wir brauchen ja noch einen Jungen, wir haben jetzt erst eine Tochter, ich kann dich adoptieren, wenn du willst, habt ihr, habt ihr einen zu Hause, wo ich wohne, klar, ähm, ja, ich habe ein Haus in Pale, oh schön, seid ihr, seid ihr sicher, ja, klar, würdet euch nichts ausmachen, nein, auf keinen Fall, das ist alles schon in Ordnung, ganz sicher, wirklich, das meint ihr wirklich ernst, oh danke Papa, ich verspreche euch, dass ich keine Schwierigkeiten mache, na, das hoffe ich doch, ich hoffe, du verstehst dich mit deiner Mutter, deiner Ziehmutter, und, äh, deiner Schwester Lucia, so, und, ähm, ich würde sagen, ja, jetzt fangen wir schon die Grafikfehler an, warum auch immer, ich verstehe es nicht, wir werden jetzt an dieser Stelle Schluss machen, ja, ich glaube die Grafikfehler alleine sagen schon, wir sollen Schluss machen, und dann machen wir morgen weiter, und, äh, stellen den Sturmittel mal diese falschen Dokumente zu, ne, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker, ich bin Nahsan, das ist ein Teil des Raik und der Zocker, ich bin Nahsan, Ich bin Jahan, ich bin Nahsan,